Heute, großer Besuch. Wen haben wir da? Georg, wo geht's hin? Keine Ahnung, ich fahre hinterher. Wo geht's hin? Du weißt es. Wo geht's hin? Luca, weißt du es? Ei, ei, ei. Roadtrip Mexiko. Erste Station, Guadalajara. Ciao. So, wir sind in Guadalajara angekommen. Viel Stau. So, wir sind hier. Wie ist ein hier? Wie ist das? Ich bin hier. Ich bin hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Na Georg, das musst du aber alles essen hier. So, guten Morgen in Guadalajara. 6.30 Uhr, Sonne geht auf. Heute geht es nach Tequila. So, 9.10 Uhr, Abfahrt in Guadalajara nach Tequila und da gibt es jetzt erstmal was zu trinken. So, ich muss ich euch mal hier. So, ich muss euch mal hier. Jetzt gibt es hier eine Vorführung. Die Marilis Tequila ist so wichtig, weil die Marilis die Farbe verändert hat. Die Marilis Tequila ist so wichtig. 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 Die Marilis Tequila. Die Marilis Tequila. Die Marilis Tequila ist so wichtig. 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 So, wo geht es hin? In Valetta. Sehr gut. Und da hinten alles gut? So, wo geht es hin? Wir sind da, wir sind da. Wir sind da, wir sind da. Das sieht lecker aus, Delly. Was hast du da, Vinci? 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 Das lag für mich. Nein, nein. Das lag, was? Das lag, ich. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt mal von Puerto Vallarta zurück nach Guadalajara, beziehungsweise in Tlacpacke. Wir machen hier nochmal eine kleine Station und geht es dann wieder morgen weiter und haben hier eine ganz hübsche Posada. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.